Das kann man nicht sofort verstehen. Nee, nee. Da muss man lange drüber nachdenken. Ja. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Then they break your bones, go to the Lord, Lord Jesus, come, Jesus Christ. Einerseits. Andererseits aber auch. Andererseits? Andererseits auch, finde ich. Irgendwie nicht, finde ich. Doch. Ich kippe das Leben, das dich hält und mich nicht. Dass du von gestern seid ihr heute nicht mehr. Nur weil sich keiner bewegt, heißt das nicht, dass alles steht. Ich, ich hinke mir hinterher. Wir sitzen nicht, bis nichts Besseres kommt. Bis sich der Weg für dich zu uns dann lohnt. Ist nicht so einfach. Nee, das ist, das ist alles irgendwie symbolisch gemeint. Würde ich mal so sagen. Ja. Ich war immer zu allem bereit. Jetzt weiß ich den Text nicht mehr. Der ist da hinten. Ziemlich weit unten. Also. Das. Ja, wie. Mich zu Luft gemacht. Auf eurem Wollen getanzt. ist es mit spitzen Schritten getreten. Föhnluft. Bedeutet? Das muss man erst mal verstehen. Das ist schwierig. Das muss man erst mal verstehen. Da muss man viel, da muss man viel, da muss man viel dann drüber nachdenken im Nachhinein so. Ich lasse los. Was lasse ich los? Ich habe um mich geschlagen, mein Ziel verfehlt, das Bestehende nicht gewählt, es beschwert, bis es zerbricht. Ja, vor allen Dingen im Nachhinein. Ja, ja. Ja, währenddessen geht das ja gar nicht. Nee, da muss man ja zugucken und zuhören und dass man das auch alles versteht. Ja, genau. Ah. In Amerika kommen die Leute immer an und sagen, ich liebe dich. Ich sage dann immer, ich hasse dich auch. Ja. Ja. Doch, das ist es. Ja. Ja. Das meine ich. So meine ich das. So verstehe ich das auch. Ja. Ja. Dreht sich quietschend im Kompromiss. Ich kann wollen, bis der Tag auf mich fällt. Das Leben hat neu gemischt, könnte man so sagen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja. Ja. Es hat einen tieferen Sinn. Das stimmt. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.